Was heißt im Web-Nab? Sie cut it, wenn du so führst. Was? So, wir sind wieder da. Warte, ich lade dich ein. Da. Da. Wo ist denn Jana eigentlich hin? Ist sie jetzt doch weg? Die soll essen, hat sie gemeint. Hä, aber die war doch wieder da. Ich muss noch mal essen. Okay. Der Z war zu schlecht, schreibt einer. Ja, ich hätte shitcarrieren müssen. Ja, aber es ist... Ich hätte eigentlich auch viel lieber irgendwie im Jungle gespielt, als den Scheiß-Achtung. Äh... Äh, was? Lass mal Hummel mitmachen. Ja, aber das mit den Barons, das verstehe ich wirklich... Das verstehe ich. Also, das wäre so die Chance zum Baron gewesen. Nein! Lass lieber pushen. Oh, wir sterben plötzlich alle. Ich wollte... Hallo? Ein Teil deines Teams wollte es. Das sind immerhin schon zwei Fünftel. Das musst du auch anerkennen. Ich hab schon wieder eine Mail bekommen. Guck mal. Oh, ich hab, glaub ich, irgendwann mal... Cool, mich folgt jetzt noch jemand. Yeah, yeah. Danke fürs Followen. Ähm, es ist irgendwie voll komisch. Ich bin seit heute Morgen, seit 9.18 Uhr, versuche ich auf... Hä, wir sind das überhaupt nicht mit dem PC angeschlossen. Ich versuche, mein Handy aufzuladen. Das funktioniert gar nicht. Hallo? Habe ich die Kontakte jetzt kaputt gemacht? Auf jeden Fall, ich versuche es seit heute Morgen, irgendwie was bei Twitter zu posten. Und es funktioniert jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum. Hummel muss sich ausruhen, er ist krank. Herzchen. Ihr beiden seid ein bisschen schwul gerade. Ist doch egal. Du hast doch gemeint, du hast nichts gegen Schwule. Ich hab was, wenn mein Freund schwul... Dagegen, wenn mein Freund schwul wird. Nein, nein. Die Hummel muss sich ausruhen. Was ist eigentlich mit dem Fimmer ranked jetzt? Habt ihr mich jetzt aus dem Team geworfen, oder was? Du warst doch nie drin. Ich weh, aber... Hallo, und dann lieber so ein Random aufnehmen, als mich? Ich mit dem... Was ist mit Random? Ja, hat sie Jana irgendwie gemeint? Ihr hättet irgendeinen Random-Typen, wo dann aber... Ihr wolltet doch Mittwoch irgendwie einen Rank machen, dann hat das aber nicht funktioniert wie in dem Disable. Ähm, wir haben Vash drin, hier einen Franzosen, und jetzt hab ich noch drei Kumpels drin, die ich aber in Relay kenn. Hm. Und was ist was mit mir? Hallo? Ja, ich schaff Platz, bin ich schon okay. Okay, fähig gut. Irgendwie muss ich doch Gold erreichen, wenn ich über Solo-Q. Wie kann man die Maske denn nicht wollen? Ja, weiß ich auch nicht. Selbst der Steve kommt zu mir angekrochen. Du musst einfach den Summoner-Icon-Maske kochen. Da hast du die Maske schon. Schon okay. Was ein Dis... Uuuuh. Werd ich gleich ein Flap dafür. Ich hab... Nein, nein, ich bring immer so schlechte Witze, also... Das Niveau ist schon angesiedelt. Aber ich hab irgendwie... An so einer Stelle auf dem Rücken voll Schmerzen... Also, als hätt ich so einen blauen Fleck auf dem Rücken. Pickel. Akne. Nee, sonst krieg ich nicht mehr, ich bin alt genug. Ja, ja, ja. Ja, nix, ja, 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 ist so. Hallo, ich wollt wirklich heute Silber 4 kommen. Okay, wir warten schon seit 4 Minuten. Oh. Ja, wenn man sich beschwert, dann funktioniert das auch. Okay, oder auch nicht. Ich hab nix gesagt. Hast du übrigens den neuen Rumble und Rengar-Skin gesehen? Äh, Rumble? Ja, Rengar nicht. Was denn für ein Neu- Rengar-Skin? Der sieht so ganz komisch aus. Der ist so ne blaue Katze. Der erinnert mich voll an den Glöckner von Notre Dame. Wo kann man den denn sehen? Den, äh... Ich schau mal kurz in welchen. Oder ist das wahrscheinlich auf YouTube? Kann man das doch bestimmt auch schon gucken, oder? Oh, ich darf bannen. Sag, was ich bannen soll. Ich hab keinen Plan. Äh, was... Versuch mal Blanc offen zu lassen, um Spiegel-Lang. Äh, was soll ich bannen und nicht was... Ja, was du möchtest, keine Ahnung. Kasadin, Evelyn, Karl-Six. Hm, hm, hm. Ja, ich hab den TS gepostet. Jo, dann guck ich gleich mal. Äh, wohin wann ich denn noch? Äh, wohin wann ich denn noch? Seju! Oh, Leblanc gepickt, ey. Warum spielt man momentan so viel? So, guck ich mir das an. Guck dir lieber den hässigen Rengar-Skin an. So, was? Ist Rengar jetzt eine Ratte, oder was? Ja, das ist eine Mischung aus Twitch und mit Draven, Äxten und Rengar. Was haben die sich denn dabei gedacht? Das hat ja überhaupt kein Thema oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur hässlich. Das Spiel für ein Elo steht doch... Was nimmst du denn jetzt für eine Rolle? Äh, ich hab zwei Supporte auf dem... Dreier Supporte auf dem Account. Vier. Zählt mir Niederleben, dazu dann hab ich fünf. Geil! Oha. Hast du eine Morgana? Hm, schade. Ich glaub aber bei Alistair, das passt schon so. Vielleicht spielt man Niederleben. Was spielt der... Hä? Hä? Kannst du ADC spielen? Ja. Cool, cool. Es wär so geil gewesen, wenn wir noch eine Leona im Team gehabt hätten mit den beiden Oldkies. Das wär so cool geworden. Aber nein! Ich bin mal kurz auf K. Hallo? Ich werd niemals Bronze kommen. Ich werde niemals in Bronze kommen. Das kann mir auch niemand erzählen. Also bitte. Das verbitte ich mir. Auf dieses Niveau steige ich nicht auf. Nein. Der Steve ist auf K und ich muss euch weiter unterhalten, wisst ihr? Das ist... Ich koche mal. Du kannst kochen? Silvan, kannst du kochen? Ich fahr überhaupt nicht los. Ich hab immerhin 24 Siege auch. Also... Pst. Ja, ich, ähm... Das Schöne ist jetzt, dass der Steve auf K ist. Deswegen passiert jetzt erstmal nichts. Und wir werden erstmal hier wieder reingeschmissen. Und jetzt muss ich erstmal warten, dass Steve wieder auf... Nicht auf K ist. So. Ja, was mach ich jetzt? Wir müssen jetzt warten. Ich guck mir mal, was ist auf YouTube an. Also nein, ich guck mir nix an. Ich... Ich könnte mal eine E-Mail checken. Oh, ich hab eine E-Mail von der Gamescom. Wuhu! Ähm... Hm-hm. Hm-hm. Was steht denn hier? Äh... Ja, es ist... Jemand ist gelieft. Und dann bist du AFK und dann, äh... Ja. So, und ich lese gerade meine E-Mails. Lieber Gamescom-Fan, es geht los. Ab sofort startet die exklusive Pre-Sale für die Gamescom 2014. Geil. Da muss ich mir neue Tickets kaufen. Oh, yeah. Oh, das ist ja schön. Oh mein Gott, Zalando. Oh, das ist ja ein geiles Shirt. Mit den Papageien drauf. Woher wissen die das, dass ich das geil finde? Gemein. Was haben die noch so? Hm-hm. Rolling Stones. Was? Ah, der Hummel, der geht kochen. Das, das finde ich jetzt interessant. Das, der, der wird nicht so gut kochen können, wie du. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Das ist schade. Ja, das ist der Einzige, das ist immer so, der verdreht schon die Augen, wenn er für mich ab und zu kochen muss. Und ich finde, ich finde das so eklig. Spaghetti mit Ketchup. Das ist so eklig. Hallo? Das ist das beste Essen. Nee, das ist wirklich... Spaghetti mit Hackfleisch ist das beste Essen. Ja, mit Hackfleisch, Entschuldigung, da kam gerade Werbung. Mit Hackfleisch ist es ja was, aber ich finde es einfach so ekelhaft. Du, 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 du. Als bei Yana war, hat sie für mich gekocht. Jetzt ist sie sogar richtig angestrengt. Echt? Und hat das funktioniert? Ja, ja. Am Anfang hatte ich Angst, aber okay. Am Anfang hatte ich Angst, wie geil. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir sind jetzt einfach nur 10 Minuten schon am Stream zusammen und suchen einfach ein Spiel gerade. Machst du diese, diese Werbung nie weg, die da ist? Dieses Watch the Thro und Dingens? Welches Watch the Thro? Achso, nee. Irgendwie, mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass man das da oben wegmachen kann, bis du jetzt so Lust gesagt hast. Aber hey, ich muss doch sagen, wie... Oh, das ist... Ich muss doch sagen, das ist total lustig. Ich arbeite bei einer Firma, die SK Gaming sponsert. Und jetzt haben wir tatsächlich so ein bekacktes Video gemacht. Wir erklären euch League of Legends. Okay. Aber das ist halt total lustig, weil einfach... Ich weiß, ich fühle es einfach super lustig. Weil dann steht da wirklich irgendeine Deutsche und erklärt ihr einfach so die Grundlagen von League of Legends und dann geht es so, okay. Und dann steht da halt so unser Firmen-Nabel doch so. Und dann findet er so... Okay. Lass ich dir gleich mal zeigen, wenn ich das finde. Nochmal. Boah, das macht so Spaß, die ganze Zeit so Sachen zu suchen. Was schreiben die Leute denn? Gesunde Einstellung. Tatsächlich. So tolerant bist du. Klar, Jana hast du auch Hackfleisch. Trotzdem wird sie es jeden Tag essen, wenn sie jetzt bischen. Arschig. Das ist meine Küche, meine Regeln. Meine Küche, meine Regeln. Und mein Essen wird gegessen. Und es gibt Haue. Was kochst du denn so als liebstes Gericht? Nudeln mit Hackfleisch. Ist das dein Ernst? Ich bin versessen auf Nudeln mit Hackfleisch. Und was ist dein zweitliebstes Gericht? Moussaka. Was ist denn Moussaka nochmal? Das ist etwas, das hat mir... Das kenne ich von meinem Vater, der hat das von seiner Mutter. Das so... Kartoffeln auf... mit Fleisch und Zwiebelauflauf gedönst. Hm. Das schmeckt auch total super. Ist halt so ein Bauerngericht, weil meine Oma hat ein Bauerngericht. Ja, das ist ja... Ist ja auch nichts Verkehrtes dran, ne? Das ist halt so eine sehr deftige Küche eigentlich. Wollte ich ja wieder anspannen. Ich bin ein zweiter Pick. Ich will meinen Bristle auspacken jetzt endlich. Wusstest du, dass Nunu und sein Yeti zwei Seelen fallen lassen, wenn sie sterben für Trash? Aber Sejuani und Bristle nicht, weil Sejuani rote Haare hat. Seine Anspring auf Redheads haben keine Seele. Na ernsthaft? Mhm. Weil... Das sind immer so kleine Sachen. Wer kommt denn da drauf? Oder, dass Vayne, wenn sie manchmal, wenn sie ihre Ultian macht, ein Zitat von Cäsar macht? So, irgendwas Römisches. Na, ehrlich? Ja, ja. Sagt irgendwie, auf zum Sieg oder irgendwie so ein Quatsch. Nein, ich will nicht meinen Rüssel auspacken, den ich auch nicht habe. Sondern, ich möchte mein Schwein auspacken können, dürfen. Ich finde, das ist so süß. Aber ich darf ja nicht. Ich glaube, unser Gegnerteam ist frauenfeindlich. Ja, also, es ist... Wenn die jetzt noch eine Frau bannen und nur Männer picken, dann sind sie frauenfeindlich. Ja, okay. Yasuo, man... Man weiß es nicht. Nein, nein. Kannst du nicht sagen. Warum nicht? Ja, aber ich weiß, ich finde, Yasuo erinnert mich immer ein bisschen an James Blunt und seinem You're Beautiful Song. Der sieht auch immer so emo-mäßig aus und sitzt dann da alleine und... Ich glaube, sie picken sogar eine Frau. Na gut. Jetzt, die Giuliani würde ich euch ja gerne zeigen, für die Leute, die es nicht kennen. Aber... Oh mein Gott. Ich kann das mal Draven auspacken. Nee, ist gar nicht Draven. Boah, Darius. Ich kriege das mit dem Namen nicht mehr hin. Es sind viel zu viele. Die Schweinereiterin. Das ist... Du bist aufblöd manchmal, ne? Das ist die beste Bescheuerung, die wir sagen. Die Schweinereiterin. Man muss auch dazu sagen, dass sie eigentlich kein Mitspieler bin, nein. Ja, eigentlich nicht. Boah, Darius. Renekton. Oh, Greggs ass. He's a Greggs ex. Greggs ass. Gargoss. Hm. So, aber es fängt Mausbeard. Er nennt sich Mausbeard. Boah, wenn er jetzt nix pickt, ne, dann raste ich aber gleich aus. Boah, es gibt's doch nicht. Ey, was ist hier los? War das nicht ein Champion in Leuer? Natürlich. Der Akinator. Boah, ich hasse diese First Picks, ne. Die dann sagen, sorry, aber ich geh mit zum Bitch. Was kannst du denn noch alternativ zur Mitte spielen? AD Carry. Wie geht es? Ezreal, das reicht. Das ist mein Main AD. Okay, okay. Den ich unbedingt spielen. Ich will unbedingt C2 spielen. Aber sie ist das schon wieder, das frauenfeindliche Team. Na, kommt jetzt wieder der Yasuo-Bam? Was ist denn das die gleichen? Wenn er ja so von kommt, dann kommt wieder der Vayne-Installoc. Ja. Aber irgendwie braucht er jetzt so lange dafür, als dass er der Griff von Lager hat. Ja, der hat auch so lange gebraucht. Wo ist denn Y? Wir alle sagen, los, Bansi, Bansi! Moment, ne, macht das nicht der Pfosten? Das ist ein Vollpfosten. Was kannst du alternativ zur ADC spielen? Ähm... Superd. Willst du wirklich Support spielen? Ich kann auch eben Jungle. Ja, ich... Ich weiß es nicht. Das ist schon wieder so ein geiles Team, ey. Vor allen Dingen einfach... Das ist so unglaublich. Wir wussten einfach, dass der Vayne nimmt und einfach... Wieso hört er denn? Es schreiben drei Leute, Bun einfach, Vayne und... Boah. Unbelievable. Und wer... Ganz ehrlich, wer spielt denn Kasadi momentan? Ich bin Kasadi... Ich kann... Mit Uliya junglen gehen, wenn ich willst. Ja, dann... Mach... Mach halt! Dann spiel ich halt Support. Gehen. Ist die Frage, was ich für einen Support spiel, wenn ich nicht Leona spiel. Hm. Ich weiß es gar nicht. Nein. Ich wollte nicht, wo ich es wusste. Schon okay. Soll ich lieber Ignite oder... Ich weiß nicht, ob ich Ignite oder Exhaust mitnehmen soll. Warte, warte, bis wir es die picken. Aber ich würde sowieso... Mh... Exhaust wegen Vayne. Mhm. Endlich mal einen dabei, der auch Ahnung hat. Ich könnte auch Xin nehmen. Den kann ich viel besser ganken. Ach, ist mir auch egal, wenn ich das Spiel jetzt verliere oder gewinne. Es ist mir alles egal. Ich habe trotzdem meine Fans. Ja, ich kann Azari nicht schreiben, sehe ich gerade. Kennst du die Azaris? Nö. Also nie im Mass Effect gespielt. Nein. Das ist ein richtig cooles Spiel, tatsächlich. Und voll schwer. Also ich finde es halt schwer. Ich verstehe es nicht, wie es manche Leute schaffen, irgendwie 10 Ranks hintereinander zu spielen. Ich habe da überhaupt nicht so diesen Ehrgeiz anschäumt. Ist das nicht traurig? Ich finde das sehr traurig. Ich habe Tage, da habe ich irgendwie 20 Ranks. Wie schafft ihr das? Das ist einfach... Okay, wahrscheinlich habt ihr auch ab und zu gewonnen. Und ich verliere nur und denke mir so, yeah! Morgana Support. Weißt du, wie lange ich Morgana nicht gespielt habe? Schon okay. Ich weiß, dass sie sehr, sehr stark ist, aber ich habe sie halt lange nicht gespielt, deswegen muss ich mal gucken, wie das jetzt so funktioniert. Aber ich finde wenigstens Poolparty Renekton cool. Ja, hallo Pete, möchtest du jetzt auch mit mir streamen? Das Problem ist, ich kann das Mikrofon nicht muten. Oh, hörst du schon auf? Das ist das. Quick, 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 quick. Fordere es nicht heraus, Steve. Ich bin immer noch dafür, dass ich den zum Chicken Wing umwandeln darf. Hm, ich nicht. Wenn du in seine mandelförmigen, dunklen Augen guckst, dann verliebst du dich. Dann kriegst du direkt Herzchen in deine Augen und musst weinen. So süß ist der Vogel. So süß. Also Chicken Wing mit Süß-Sauer. Boah, nein! Aber der war gut. Oh nein! Ich gebe dir gleich Chicken Wing mit Süß-Sauer. Was kaufe ich mir denn als erstes? Ich weiß, ich esse das auch total gerne. Äh, was kaufe ich mir als erstes? Oh yeah! Sag ich mir ein Ancient Coin oder lieber das Mana-Item? Ach, hier Mana-Item, sag ich. Ach, bla. Bla, bla. Ich habe das jetzt komplett in Season 4 nur einmal, zweimal Swank gesehen, aber das war halt derselbe Typ. Ich habe einmal mit ihm, einmal mit ihm gehabt, der hat uns durchgecarriert, dann einmal gegen ihn und der hat die Gegner durchgecarriert. Der war einfach so gut, das war richtig abnormal. Ich habe einmal Swain gespielt und ich komme auf Swain absolut gar nicht klar. Das ist, es gibt nur einen Trick mit dem, das ist dieses Never Move, dieses Stun-Dings da einfach mit dem zentral unter den Gegner zu setzen, weil der hat da nämlich keine Chance mehr zu rennen. Den Kasadin haben die ja auch wieder was verändert, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob der... Ich finde es cool, dass sie den, äh, verstummen rausgenommen haben aus Kasadin. Tatsächlich habe ich mal ein paar Patchnotes durchgelesen. Ja, Kasadin ist eigentlich nicht mehr so der Bann. Ne, deswegen, ich finde es auch, äh, also wenn ich Bann muss, vor allem, man kann Kasadin ja immer noch Bann, ist ja klar, aber, äh, wenn dir schon drei Leute sagen, Bann Vayne, die nehmen Vayne, dann fandest du eigentlich Vayne. Das, also, das habe ich jetzt auch nicht verstanden, wenn drei Leute es wirklich sagen, Bann Vayne, weil er wird Vayne nehmen, versteht, also, kein Plan, check ich auch nicht. Fad ich jetzt auch ein bisschen, naja. Fragwürdig. Without mercy. Oh fuck. Oh fuck. Naja, wenigstens haben wir einen Schwatten. Trägt wieder Rassismus, Isa. Und es ist nicht mal als Rassismus Donnerstag. Rassismus Donnerstag? Ja, das haben wir bei uns in unserer Berufsschulklasse eingeführt. Und dir einen schwarzen, den mobbt ihr immer am Donnerstag. Mobben nicht, aber das kann man gar nicht so sagen, das wäre auch zu hart gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, würden den mobben oder so, aber es ist einfach wirklich, das, keine Ahnung, es ist einfach echt, der Besprüche halt losgelassen wären. Das ist einfach so. Weiß nicht, ob ich das so cool finde jetzt. Ja, das, das kann man auch nicht nachdenken. Ich bin selber schwarz und so das. Du bist natürlich richtig schwarz. Okay, okay. Blitz hat seinen Flash raus, steht vor uns und macht nichts. Was auch immer das jetzt war. Also der Blitzkrank, der grabbt jetzt nicht so doll. Boah, der war gut. Oh mein Gott. Holy moly. Schade. Hier ist gewartet, aber es ist nur der 1 Minuten Ward, das heißt, er müsste bei 5.20 wieder weg sein. Gehört? Hallo? Ja, 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 ja. Hallo, la, 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 la. Nimm es bitte zur Kenntnis, wenn ich mit dir taktische Sachen durchgebe, man. Darius hat jetzt herausgefunden, dass Renan Grön ziemlich okay. Wieso ist er gestorben? Ja, obwohl ich ihn fast plattkrieg mal, beziehungsweise aus der Länge gekriegt hab. Hm. Richtiger Babo. Hm, was geh ich als erstes hoch? Meine E? Ähm, der Schild, ich weiß nicht, ich kenn mich mit Morgana-Support nicht aus. Ich auch nicht. Also zumindest, ich will auch das Schild, äh, ich mach jetzt einfach mal das Schild, wenn wir eh als Support spielen. Hoppala. Der Cage war nicht gut. Sind wir Lay in Ward? Ähm, ne, ja, hier. Ähm, ne, ja, hier. Aber das bedeutet, dass hier kein Ward mehr sein sollte. Wow, das war... Wieder bei. Das war richtig gut. Von mir. Hast du das gesehen? Oh mein Gott. Aber ich bräuchte eigentlich mal ein bisschen Gold. Oh, das ist so gefährlich. Okay, never mind. Wow. Hm. So, und jetzt spiel ich noch auf AP. Please don't get killed. Wow, hat sie irre... Egal, oder auch... Ja. Ja. Okay. Da war jetzt auch ein Ward, aber der ist gerade weg. Okay. Und die Bot-Lane fehlt. Wie läuft das Spiel denn so weit? Zwei in eins. Du, zwei Kills. Zwei Red Trinkets im Spiel schon. Läuft doch. Ist übrigens hier die OPs-Ward, die man setzt. Als Jungler. Ah, auch immer ein Pink Ward? Mhm. Warum? Weil, erstens siehst du, wenn die kaputt gemacht wird, dann ist da meistens der Ward drin. Von Midlane. Zweitens hält die einfach im Early-Game bis ins Mid-Game einfach ewig. Oh, und jetzt will nämlich der... Ich zähle nämlich hier rüber. Was er auch macht. Aber der rechnet nämlich nicht, dass ich da bin. Hm. Und jetzt kommt der Reiner-Klinder drauf. Hm. Boah, ich muss nur mein Schild halt die ganze Zeit richtig timen, aber nutzen. Killing Spree! Oh, yeah. Oh mein Gott, das war so geil gemacht. Oh mein Gott. Ich bin die geborene Morgana. Oh mein Gott. Ohhhh Nopo Aber ich spiel wahrscheinlich auf Damage. Hm. Ich will auch, äh, ja. Ich will wahrscheinlich keine weiteren Support-Items kaufen aus der Sidestone, damit wir einen Warder haben. Und halt versuchen jetzt einen Sonya irgendwie zu kriegen, ne? Ajo, ich bin auf dem Weg nach unten. Egal. Der sieht, dass mein Schild auf denen drauf ist. Und grad einfach. Hast du einen Red ready? Ah ah. Das ist die Frage, ob ich mich baiten lassen soll. Ja, mach gut. Ich würde sagen... Slut, slut. GG. Reneklin ist hinter uns. Ich weiß nicht, ob ich genug Mana... Ich hab genug Mana für meine Ulti. Haben sie Rang? Ähm. Ja, haben sie. Nein. Nicht? Äh, die haben... Ich hab bloß gefragt, ob wir... Oh mein Gott, der Flash von Sven, ne? Ja, und ich hab's nicht geschafft, äh, den zu schilden oder so, weil... Cooldown? Naja, okay, aber war eigentlich... Na, hat sich nicht gelohnt für uns, ne? Was denn? Hä? Soll nicht so flamen? Ich hab Geld. Ich hab Geld! Hahaha. Being rich, ne? Ja, ich hab jetzt... Ja, das ist auch... Das ist auch ein Swain ohne... Rod of the Ages, beziehungsweise Catalyst. Es ist ein Wunder, dass er in der Lane noch die Schnauze kriegt. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Morgana auch hier rauskomme. Also dieses Catalyst. Naja, brauchst du mittlerweile nicht mehr so. Ne? Ist es nicht mehr so? Da ist... Hourglass Rush ist viel besser. Ja, melde ich jetzt auch mal, hier ist ein Ward. Ähm. Ich werd auch mal... Soll ich den kaputt machen, oder? Wo? Wo ist denn wohl? Der hier ungefähr... Irgendwie steht er da. Der steht halt nicht im Busch, der steht irgendwie hier so. Da, ja. Da halt. Hinter euch... Irgendwie ist da was bei euch. Mhm. Die Sin und... Oh fuck. Oh Gott. Komm jetzt nach unten. Warum kämpft er weiter? Weiß ich nicht. Ist das eine Lane geworden? Hm. Ich glaub nicht. Ich guck mal hier. Hab ich. Ich guck mal hier... ... Ich guck mal wir... ... ... ... ... ... oh man, oh man ist der stark gestern schon gefehlet naja, ich hab den turd bekommen oh ich hab ab 8 creeps, yeah was macht lucian jetzt? ok ok kann man so machen, muss man jetzt nicht unbedingt lol 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 was hab ich jetzt verpasst? der oh mein gott, der davus war um und wurde von 2 stück gedeift und hat, hätte fast noch überlebt und hat diesen einfach getötet hm wie viel brauche ich denn noch für den sonjas? pfff, nur noch 200 gold läuft wie gesagt vorsicht mhm oh was machst du? ich komme mal Mitte hm der kommt nach unten, der geht zu seinem red wahrscheinlich hm, ne hat er schon da ist er, ne? hm boah ey, ich hab den gesagt, der ist so oh fuck idiot kannst du irgendwie mir auf der bot helfen mit dem tower? das ist ja auch kacke kacke Mitte, Feld und bot und alles oh god das kann euch nicht helfen irgendwie so wie ihr läuft und ihr läuft gerade auch noch in die Gegner rein boah, was sei ein krasser Typ ey juhu juhu es ist juhu keines ist juhu boah, was ist eigentlich mit diesem Fettsack los? was hat der für Probleme? er ist ziemlich was hat dieser dicker Sack Probleme? Sven ist einfach total kacke, der 1-5 ja was erwartest du bei dem elo, dass da ein guter Sven auftaucht? ja auch der Lucian, er spielt einfach es ist warum immer dieser Rambo Modus? weiß ich auch nicht, ich weiß es nicht nicht der hätte es mir geben können das wäre sinnvoller ja cool dann auf E runter ist auch nicht schlecht ähm der Rambo Modus ist glaube ich ab ja ja, haben wir wahrscheinlich schon gemacht ich schau mal eben nach ok da war ein Blitzcrank, die werden den machen wenn der Lucian nicht mehr da ist, dann ist er wahrscheinlich schon weg aber wir können mal nachgucken gehen ja, aber die sind da glaube ich gerade oder ja, der ist weg definitiv taff na taff schaust du dir an? ja, ich sehe es ja ich sehe es ja ich verstehe auch womit du da ein Problem hast der wäre nicht mal gestorben was? der wäre doch hundertprozentig wäre der nie gestorben also so eine Lächerlichkeit, ne? das ist ja diese Sachen, die die Leute wieder an den Tag legen Hammer einfach also grandioser Hammer HELLO! HELLO! streamen wir immer noch? ja das ist schon das dritte Spiel, was wir verlieren wahrscheinlich verlieren? ja, das ist noch nicht so einen festen Hennen aber meinst du Spieler hier, die ähm du weißt doch wie das ist ja ja das Team ist pro das Team ist super pro wir spielen jetzt, äh ich gehe jetzt auf Andres Account ich will ihr beibringen, wie man niederlicht kann doch sie will das nicht hehehe okay, Flash raus tschiiiis jetzt verstehe ich auch, w-wieso ist das so Probleme hast mit dem Aufsteigen ach wirklich? oh Gott, es geht hier ab keine Ahnung oh f-w-oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott, ich konnte ihn nicht schilden, ich konnte ihn nicht schilden ich konnte ihn nicht schilden dann hör auf mich, mein Kind oh mein Gott, ich hab auch noch Sonias ich hatte Sonias, Mann ne komm, ich wollte, nein, das war eigentlich das hab ich extra gemacht, weil ich wusste, dass der Swain der durch einen Kill endlich kriegt und ein bisschen Geld bla 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 ne, sag nochmal Platin ist Elo-Hölle, ey mhm, Platin kann nicht stimmen ey, das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen da denkt jeder schon, die sind Alex, ich und so ja, ich find das sowieso, auch hier ist immer so XPK 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 oh mein Gott woher weißt du das? ähm, Zufall oh mein Gott oh mein Gott, tut mir leid, Steve ich hatte nur so Panik da musste ich mich selbst schillen schon okay oh mein Gott hilf mich hilf mich oh fuck dieses hier an Rampage, alter ja, ich will ein bisschen Lifesteal ich will ein bisschen Lifesteal ich liebe das, ich liebe das für unsere Leute es ist ein Team-Spiel, es gibt keinen Key-Spiel in meinem Stil ich muss es ja an dieser Stelle immer nur wieder betonen, weil es ist einfach es ist die größte Lächerlichkeit Der eine wirft mehr. Yes, your fault. Ah ja, weil ein Kill ihm geben mehr wert ist als acht Kills ihm geben. Tja, das ist Renekton, lies ihn kaum runter. Ah, kill den Tower doch! Geht doch. Geht doch, morgana-power und so. Geht doch, morgana-power! Yeah, wir haben einen Drake! How is it possible? Drake, den Solo-Drake! Oh mein Gott! Hast du den Kill? Ja. M-m-m. Der ist so einfach nur... Er hat einfach nur das Fass ge- also seine Ulti geworfen. Einfach nur so bumm. Ich wollt grad sagen, der hat mir schon mal eine Ulti geworfen. Ich werd meine Rache schon noch haben, sagt morgana. Das ist eine gesunde Einstellung so. Ja. Es ist genauso wie ich hab aber letztens Lux gespielt in soem Spiel. Stay positive! Ja! Ja! M-m-m-m. Du bist so auf Drogen. Er ist wirklich so einfach nur so... Yeah! Okay, let's do it! Do it now! Do it now! Let me rat! Are I going to get aggressive? Was kaufe ich mir denn jetzt? Hm. Ich weiß nicht. Ich kaufe mir glaube ich hier. Kann ich mir das dann immer noch ausbauen? Dann kann ich das ausbauen. Schön. Da ist so, so ein Fettsack! Zack! Was?! Alter! Der Flash! Und Vayne geht unten durch. Kragas Explosive Cast 700 Damage. Seine normale Barrel Roll 500 Damage. Bodyslam 350. Was, was ist denn was? Leck mich, Jax, ne? Krass, Alter. Ich glaube ich hole mir Last Item BNGs. Beziehungsweise ich verkaufe den Brutalizer. Hm. Ich sollte irgendwie meinen Waden, ne? Das machen wir. Das ist ein Plan. Das ist, das ist ein Plan. Das ist, das ist ein Plan, ich würde sagen. Aber ich vergete das immer alle Zeit, weil ich so, so ähm... Ja. Ich weiß nicht. Nein, nein, ist egal. Wifir? Nevermind! Just, let's play! Das ist kein Wad. Wachen die Barren? Ich glaube nicht. Ich... 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 jeden Tag. Ich... 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 Alter, ich. Ey, 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 um keiner geht auf Vragas oder die. Ich, ich, ich hab nichts machen können soweit. AHHHHH! NEIN! GAH! I did it! Warum sollte man auf Renekton und Lee gehen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, weil Vragas dann... Das lernt man doch schon im Tutorial, dass man nicht auf Tanks gehen soll, oder? Nee. Nee, das sagt du nicht. Ich kenn das, ich kenn das. Ja, du spielst das Tutorial einmal pro Tag, Jana. Ja, ich hab's immer noch nicht hinbekommen, das zu lösen. Das ist ziemlich schwer. Puh, ey. Sie spielen Wein. Sie müssen andere Viecher töten, um Gold zu bekommen. Hä, spielt man nicht Ash? Ash? Also Ash. Nein, das gab's doch gar nicht zur Zeit. Das gab's doch noch zur Zeit gar nicht. Das gab's doch noch zur Zeit gar nicht. Nee, ich kann ihn eh nicht haben, weil ich... Doch, 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 doch. 32 Minuten. Ich hab doch den Drake gemacht. Ernsthaft? Er geht nicht mehr zu einem Gebüsch zurück? Ist ja behindert. GANG BANG! WAAAAS?! Wieso... Ah, hat er da... Double GANG BANG! Fuck, ey. Ich dachte nicht, dass er da reinge... Ah, ich hab... Ja... even wenn ich... Ou... Ow... Go full vay busy! Und Katze, warum krallst du mich eigentlich in meinen Oberschenkel? Eieiei, der Gragas. Naja, Inhibitor noch. Der Gragas ist echt, pfff, dat fettie. Das ist eine richtig gefiederte Fette. Hm. Ich schätze mal, dass die jetzt Dragon machen werden und ich werde da jetzt nicht hinrennen. Alleine. Wollen. Oh, ich komm mit. Ja, er ist egal, geht. Ja, er ist weg, er ist weg. Sie sind eh schon weggegangen. Oh mein Gott, er ist Level 18 schon. Ich bin Level 14. Siebzehn! Ich bin höher als unsere Mitte. Yay! Ich fast auch und ich bin der Support. Also mit Schredder und mit Blauen hätte ich kein Problem gegen Graus gehabt. Hey, der hätte Fahrradkette, ey. Ich so, ey. Ich so. Fahrradkette OP. Ach, der ist schon weg, der Ward. What the fuck, einfach. Oh mein Gott, ist das... Ey, der sieht doch, dass da ein Barrel ist. Wie kann man dann so hingehen? Sag mal, wo sind wir hier eigentlich? Also ich hab meinen Flash offen wieder. Stirb da. Kann man so behindert sein, ey. Ich muss mal eben shoppen. Ich muss nicht operieren. Ich muss nur die Goods sein, ey. Ich Bange ihre Güter von der Worte zu werden. Ich muss nicht mehr leben. Nein, ich muss noch mehr. Ich muss mich in der Hey후. Ich muss mich. Ich muss noch mal alles überkommen. Ich muss dich verablauf sein, wenn ich mich um das nicht. bitieren bin ich. Aber ich muss dich verabläutig sein. Ich muss mich für meine Güter von der Worte. Ich muss mich jetzt mal einfach mal. Oh ja, die ist viel zu viel da. Ich weiß auch nicht, ob die... Oh, wehen, wehen! Ich hab sie gecatcht! Ja, wir haben den Supporter! Alter, der Bodyslam hat mir 1207 Schaden gemacht. Warum sind wir überhaupt da reingegangen? Weil die zu viert waren. Ach echt? Das hab ich mir gar nicht so aufgefallen. Ich hab sie grad nen guten Link verloren, aber... Ja, ich hab... das Blöde war einfach... Der wird vernichtet! Na ja, echte ADC und die Mütze. Noch ein Spiel verloren! Wuhuu! Das ist wirklich kaum machbar. Mann! Das ist das... das ist einfach... Da ist irgendwie immer das Gefühl, dass die Gegner besser sind. Und... keine Ahnung. Jetzt hab ich 27 Punkte wieder. Yeah! Wofür reporten wir Lucian? Äh, Lucian sag ich schon. Swain. Intentional Feeding. Für unskilled Player. Aber das bringt eigentlich gar nichts... Und all so'n Scheiß. Alter, das ist unglaublich. Ey, ich hab mein... Win of the Day nichtmals! Das ist unglaublich! Auf einmal kommt ne Katharina zu mir mit 5-0. Hallo! Ich bin Katharina! Tot! 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 Ich sterben alle! Alter! Ey, ich hab fast einfach einen Kill weniger als unser ADC. Oh, Mann! Hey, irgendwer hat mich halt angeschrieben. Oh, sorry, Dimi. Ups! Ups! Ja, Godlike Katharina! Ganz toll! So, ich glaube... Das war's mit den Ranks jetzt für heute. Hab kein Problem! Ah, tut mir leid, da kann ich auch nicht... Nein, das ist ja... Das ist... Das ist einfach... Das ist totale Glückssache, ob man wirklich ein gutes Team bekommt, oder... halt... ein Team, was irgendwie... irgendwie durchblickt. Oder auch nicht. Du solltest auch anfangen, die ganzen Leute, die so schlecht sind, auf die Knur zu setzen. Was bringt mir das, wenn ich die auf die Knur setze? Also, bei mir ist das so, wenn ich die auf die Knur setze, seh ich die irgendwie nie wieder. Hm. Vielleicht merk ich mir das. Ich ignore einfach alle Silberleute und bin dann irgendwann... Ja, wenn du wüsstest, meine Ignor-Liste ist größer als der EOS-Server. Das ist krass. Naja. Ich bin raus, wir sind raus. Tschüssikowski. Tschüssikowski.